Parkende Autos, Drohnenregen und Computergeschichte in Stuttgart. Herzlich willkommen zum GOLENDE-Wochenrückblick. Mein Name ist Oliver Nicke. Nie wieder selbst ins Parkhaus fahren. Bosch und Mercedes-Benz haben ein System entwickelt, das Fahrern das lästige Parken abnimmt. Der Fahrer gibt das Auto am Eingang des Parkhauses ab und startet per App den Parkvorgang. Ein Computer übernimmt die Kontrolle über den Wagen und geleitet ihn zu einer freien Parklücke. Beim Abholen fordert der Fahrer das Auto wieder per App an. Das Parkhaus ist mit Sensoren und WLAN-Access-Points ausgestattet. LIDAR und Kameras erfassen freie Parklücken sowie Hindernisse auf dem Weg. Per WLAN steuert der Rechner das Auto. Der Testbetrieb des Systems soll Anfang 2018 starten. Ein 18-Jähriger hat das Budapester E-Ticket-System überlistet. Er meldete die Lücke dem Betreiber, wurde kurz darauf vorübergehend festgenommen. T-Systems Ungarn denkt nun über ein Bug, baut die Programm nach. Wieder gibt es eine Zurechtweisung für rechtswidrige Antiterrorgesetze von einem höchsten Gericht. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat entschieden, dass das Fluggastdatenabkommen mit Kanada in der aktuellen Form nicht in Kraft treten darf. Grund dafür sind fehlende Schutzmechanismen für besonders sensible Daten. DJI-Drohnen fallen neuerdings ungewollt vom Himmel. Im Test der modularen Airblock machen uns solche Crashs sogar Spaß. Die Airblock von Makeblock ist eine robuste Minidrohne, die aus sieben Modulen besteht. Bei einem Zusammenstoß zerfällt das Fluggerät in seine Einzelteile. Dadurch ist sie selbst in unerfahrenen Händen oder durch Fremdeinwirkung fast unzerstörbar. Anders als die Minicopter von DJI, die sich vermehrt mitten im Flug abschalten und dadurch abstürzen, wie diese Woche vermeldet wurde. Die Airblock kann beliebig zusammengesteckt werden und ermöglicht dadurch mehrere kreative Konstrukte. In der Makeblock-App lassen sich Kinder leicht eigene Fernsteuerungen programmieren oder aus einer der drei Vorlagen auswählen. Für 170 Euro macht die Airblock zu Land, zu Wasser und in der Luft jede Menge Spaß. Für einen einfachen Virenscanner sollen Nutzer kein Geld mehr zahlen. Das sieht zumindest Kaspersky so. Ein kostenfreies Antivirenprogramm soll mehr Daten sammeln, um Big-Data-Analysen zu übertreiben. Arms Trust Zone ist in den meisten Chips von Qualcomm und Samsung mangelhaft implementiert und daher kaputt. So können Angreifer die Android-Verschlüsselung knacken, Daten stehlen und vollen Zugriff auf das Gerät erlangen, wie Forscher von Google herausfanden. Computergeschichte lässt sich nicht nur anschauen, sondern auch anfassen. Wir haben das Computermuseum der Uni Stuttgart besucht. Das Besondere der Sammlung? Fast jedes ausgestellte Gerät funktioniert. Vom Taschenrechner bis zum Röhrencomputer aus dem Jahr 1958. Museumsleiter Clemens Krause führt Besuchern die Rechner vor. Bedienen kann er sie alle. Zu den Highlights gehören der Librascope, LGP30 und ein komplettes Rechenzentrum von IBM aus dem Jahr 1968. In Stuttgart lässt sich die Computergeschichte wirklich erleben. Einem 50 Jahre alten Computer beim Berechnen von Wurzeln zuzuschauen, ist schlicht etwas anderes, als sie nur in der Ecke stehen zu sehen. Nie wieder Passwörter eingeben. 3Square Market will seinen Mitarbeitern NFC-Chips implantieren, mit denen diese sich an ihren Computern anmelden, Essen bezahlen oder Türen öffnen können. Die Aktion ist kostenlos und freiwillig. Kleine Kamera mit vielen Linsen. Das Startup Lite hat seine Kompaktkamera auf den Markt gebracht, die Spiegelreflexkameras Konkurrenz machen soll. Lite L16 hat 16 Objektive, hinter denen jeweils ein 13 Megapixel-Chip sitzt. Die Einzelbilder werden zu einem hochaufgelösten Bild montiert, in dem nachträglich Schärfe und Belichtung verändert werden können. Die Kamera ist in den USA für 1700 US-Dollar erhältlich. AMD hat Ryzen 3 vorgestellt. Die Quad-Core Prozessoren kosten unter 150 Euro und sind leistungsfähiger als Intel's Core i3. Allerdings fehlt ihnen eine integrierte Grafikeinheit. Nintendo bietet mit dem New 2DS XL eine weitere Möglichkeit an, um mit den zahlreichen 3DS-Spielen Spaß zu haben. Im Test kann die Hardware aber nicht überzeugen. Die Verarbeitung lässt zu wünschen übrig. Wer auf den stereoskopischen 3D-Effekt keinen Wert liegt, findet beim regulären 2DS das schärfere Bild. Die allgemeine Verarbeitung und Displays sind beim New 3DS deutlich besser. Die Platzierung der blechern klingenden Lautsprecher an der Gehäuseunterseite ist suboptimal. Selbst der Stylus war bei den alten Modellen besser. Wir empfehlen daher den Griff zum New 3DS oder dem klassischen 2DS. Das war es auch schon wieder vom GOLAMD Wochenrückblick. Wir verabschieden uns in die Sommerpause bis Anfang September. Hoi, Sommer! Yes!